In diesem Video gebe ich dir 10 Dinge mit auf den Weg, die du wissen solltest, bevor du in der Wirtschaftsprüfung im Audit einsteigst. Worauf kannst du dich einstellen? Was gibt es eventuell so für Besonderheiten, damit du nicht mehr im Dunkeln tappst, wenn du dich auf deine ersten Tage vorbereitest? In diesem Sinne gerne Like da lassen, Abo da lassen und wir starten direkt rein mit dem Video. Erster Punkt, du wirst jeden Tag mehrere Stunden, meistens 8 Stunden oder mehr in Excel verbringen. Mir war es natürlich damals bewusst, dass man viel mit Zahlen zu tun hat, Bilanz, G&V, Anhang, Lagebericht prüft, aber dass man jetzt wirklich 95% der Zeit in Excel verbringt, das war mir nicht bewusst. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Prozessgesprächen, Meetings, interne Abstimmung oder die Dokumentation in der Prüfungssoftware. Aber die ganzen Arbeitspapiere, so heißt das nämlich, die du dann eben in Excel dokumentierst, was machst du für eine Prüfungshandlung, wie bist du dabei vorgegangen, was ist das Prüfungsergebnis und die Prüfungsfeststellung, das wird in der Regel in Excel vonstatten gehen, weil eben die ganzen Dokumente, die du vom Mandanten bekommst, zum Beispiel ein Anlagenspiegel, eine Übersicht zu den personalbezogenen Rückstellungen, das wird dir halt meistens in Excel geschickt, deswegen bietet es sich da natürlich an, direkt das auch in Excel zu prüfen. Das heißt, sei dir bewusst, dass man wirklich mehrere Stunden immer vor großen Excel-Tapeten verbringen wird. Zweiter Punkt, in der Wirtschaftsprüfung muss wirklich sehr viel dokumentiert werden. Das heißt, wenn ihr in einem Meeting seid, in einem Prozessgespräch, schreibt wirklich zur Sicherheit alles mit, einfach für Dokumentationszwecke und das gleiche gilt auch für eure Prüfungshandlungen, wie vorhin schon erwähnt, in den Arbeitspapieren in Excel. Beschreibt wirklich eins zu eins euer Vorgehen, damit ein Dritter, der jetzt quasi neu auf dieses Blatt draufschaut oder auf euer Excel-Dokument genau weiß, okay, was habt ihr gemacht, damit das Ganze nachvollzogen werden kann und im Falle eines Reviews auch das Ganze rekonstruiert werden kann. Wie seid ihr vorgegangen, welche Konten habt ihr euch angeschaut, welche Kontonummer, von welcher Person habt ihr diese Aufstellung bekommen oder habt ihr euch das aus dem ERP-System gezogen, wie seid ihr bei der Stichproben-Auswahl vorgegangen, wie kamt ihr am Ende auf die zu prüfenden beispielsweise 15 Stichproben, welche Kriterien wurden dabei herangezogen, welche Items habt ihr ausgeschlossen, aus welchem Grund oder wurde irgendwie ein Sampling-Tool benutzt und so weiter und so weiter. Welche Beträge habt ihr mit welchem Dokument oder mit welchen Zahlen abgestimmt? Das Gleiche gilt auch für unwesentliche Fehler, wenn ihr jetzt irgendwie eine Differenz habt von 800 Euro bei einer Bilanzsumme von 200 Millionen Euro, dann ist das natürlich unerheblich, aber muss natürlich trotzdem dokumentiert werden, dass ihr hinschreibt, okay, ihr habt den Fehler gesehen, dieser ist aber nicht wesentlich und somit bedarf es keiner weiteren Prüfungshandlung. Also im Zweifel lieber etwas zu viel als zu wenig dokumentieren, denn im Audit gibt es das sogenannte Not-Documented-Not-Done-Problem. Das heißt, alles, was nicht schriftlich festgehalten wurde, gilt im Falle eines Quality-Reviews von außen oder auch interner Review als nicht durchgeführt. Das Gleiche gilt auch für irgendwelche Dokumente, die noch lokal bei euch gespeichert sind auf dem Desktop oder bei euren Dokumentenordnern. Also alles, was wichtig ist für das Verständnis und für die Erlangung eines Prüfungsnachweises, muss eben am Ende dokumentiert werden und auch in der Prüfungssoftware hochgeladen sein. Also alles ordentlich dokumentieren, lieber etwas zu viel als zu wenig, damit das wirklich alles nachvollziehbar dokumentiert ist. Punkt Nummer drei, du bist in der Regel auf festen Mandaten eingeplant. Wenn du beispielsweise im Oktober einsteigst, hast du in deiner ersten Woche deine Einarbeitung und deine Schulungen zur Unabhängigkeit, Compliance, Datenschutz und vielleicht ein paar fachliche Schulungen. Das sieht man dann auch schon in deinem Dispo-Kalender, dass dann da ein Blocker drin ist für die erste Oktoberwoche. Und du siehst dann auch in der Zukunft schon deine Dispo, auf welchen Mandaten du darauf gestuft bist. Beispielsweise von Oktoberwoche 2 bis 1. Novemberwoche. Das heißt, drei bis vier Wochen bist du dann auf Mandat X eingeplant. Und je nach Größe variiert das immer so ein bisschen, wie lange man auf so ein Mandat eingeplant ist. Ich würde jetzt mal sagen, so ein mittelständisches Mandat ist man vielleicht für drei bis vier Wochen eingeplant. Bei einem DAX-Mandat kann das ein bisschen größere Zeit sein. Und da hast du dann noch ein fest zugeteiltes Prüfungsteam, bestehend aus einem Partner, einem Manager. Der hat dann gleichzeitig auch die Prüfungsverantwortung, also die Projektverantwortung ist auch zuständig für den Review. Dann gibt es noch den Prüfungsleiter, der dann eher Seniorer, erfahrener Kollege ist. Und dann vielleicht noch ein bis zwei Prüfungsassistenten oder Berufseinsteiger und der eine oder andere Praktikant. Und da ist dann eben so, dass du mit diesem Team dann die drei bis vier Wochen verbringst. Dort ihr aktiv zusammenarbeitet. Und wenn dann das Mandat wechselt, kann es für dich auf jeden Fall sein, dass du direkt ein komplett neues Team hast. Weil vielleicht sich die Standorte ändern oder in dem Team die Standorte gemixt sind. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool, dass du eben nicht nur unterschiedliche Mandate hast, sondern intern bei der Big Four oder bei der Next 10 Gesellschaft, bei kleineren Gesellschaften eher weniger, dass dort auch die Teams intern variieren. Vierter Punkt, wenn ihr PDFs hochladet im Prüfungssystem, beispielsweise weil ihr die Aufsichtsratprotokolle hochladen wollt oder den aktuellen Handelsregisterauszug, was auch immer, dann macht oben immer eine Kopfzeile mit euren Initialien, mit dem Namen oder der Abkürzung des Mandats und dem aktuellen Datum. Und dann könnt ihr noch die wichtigen Stellen farblich markieren, zum Beispiel beim Handelsregisterauszug, den Betrag des gezeichneten Kapitals, dann irgendwie gelb oder grün markieren oder rot umranden. Ist ja beispielsweise bei der Prüfung des Eigenkapitals auch relevant, damit einfach die wichtigen Stellen in den Dokumenten schnell wiedergefunden werden, wenn eine andere Person sich dieses Dokument am Ende anschaut. Fünftens, das Thema Dresscourt. In der Regel hat sich das seit Corona sehr gewandelt. Ich kann hier für die Big Four und auch für die Next 10 sprechen. Vorher war es auf jeden Fall gang und gäbe, im Büro auch einen Anzug zu tragen mit Anzugsschuhen. Jetzt hat sich das eher so Richtung Business Casual entwickelt. Das heißt, ja, einfach Sneaker anziehen, völlig in Ordnung, wenn die alle gepflegt sind. Stoffhose, dann ein Hemd und ein Strickpullover und dann seid ihr wirklich gut am Start. Und je nach Mandat solltet ihr euch einfach im Team intern absprechen, was da angemessen ist. Wenn das irgendwelche traditionellen Familienunternehmen sind, dann kann es sein, dass die eher fordern, dass ihr schicker gekleidet seid, also da zum Anzug greifen müsst. Oder im Financial Services Bereich bei Banken, da kann auch mal ein Anzug Pflicht sein. Aber in der Regel wird man beim Kunden, ähnlich wie im Büro, auch zum Business Casual greifen. Sechster Punkt, es kann schon mal vorkommen, dass der Mandant etwas länger benötigt, was die Bereitstellung der Unterlagen angeht, die du für deine Prüfungshandlung benötigst. Ihr habt jetzt beispielsweise am Montag gesprochen und dir wurde versichert, dass du die Unterlage am Mittwochabend bekommst. Jetzt ist schon Donnerstag früh, hast immer noch nichts bekommen. Oder in der Information Request Liste, IRL oder auch PBC Liste, Prepared by Client Liste genannt, steht dann im Kommentar drin, okay, dass ihr das am Mittwochabend zugeschickt bekommt. Also es ist so eine Auflistung in Excel, wo jedes einzelne Dokument aufgelistet ist, was da eben benötigt wird vom Mandanten. Und dann kann man in den Kommentarspalten arbeiten und eben dann erkenntlich machen, wann ihr das benötigt. Und der Mandant kann da eben auch seine Kommentare abgeben. Und da ist einfach mal wichtig, dass ihr mit einem erfahrenen Kollegen sprecht. Fragt ihn, okay, soll ich beim Mandanten anrufen, nochmal eine Mail schreiben. Je nachdem, was er dann dazu sagt. Machst du das? Bittest dann höflich darum, dass er dir das bis morgen zuschickt. Und da auch wichtig, gebt ihm so eine kleine Deadline mit auf den Weg. Wäre es vielleicht möglich, dass sie uns das bis morgen früh zuschicken, damit wir die Prüfungshandlung zumachen können. Ansonsten, wenn du einfach sagst, okay, könnten sie uns das zum nächstmöglichen Zeitpunkt schicken, dann wird das so wie vorhin ablaufen, dass er sich nicht verpflichtet fühlt, so schnell wie möglich da euch die Unterlage zuzuschicken. Das heißt, erstmal intern abklären, was der Seniore-Kollege dazu sagt und dann nochmal ein Follow-up machen und den Mandanten nett darum beten, euch die Unterlage zuzuschicken. Nächster Punkt, du wirst wirklich täglich mit Bilanzen und G&Vs, also Gewinn- und Verlustrechnungen, konfrontiert sein. Das heißt, mach dir schon mal Gedanken, falls du es nicht schon im Rahmen der Interviewvorbereitung erledigt hast, welche Konten gehören zu welchen Posten, wie hängen Bilanzen und G&V eigentlich so zusammen, was sind so typische Geschäftsvorfälle, wo die beiden Bestandteile eines Jahresabschlusses auch ineinander greifen. Einfaches Beispiel, wenn du Abschreibungen buchst, dann mindert sich das Ergebnis der G&V. Gleichzeitig geht aber auch der Buchwert in der Bilanz runter, zum Beispiel im Anlagevermögen, wenn dort ein Vermögensgegenstand planmäßig abgeschrieben wird. Das Gleiche auch für die Buchung einer Rückstellung. Zum Beispiel bucht man Aufwand an Rückstellung für einen Gerichtsprozess oder was auch immer, Rückstellung für ausstehende Rechnung. Das heißt, das Passivkonto der Rückstellung erhöht sich und gleichzeitig hat man auch hier einen Aufwand und die G&V geht runter vom Ergebnis, dass du einfach so ein bisschen die Zusammenhänge besser verstehst, was hinter diesen Posten steckt und sich verbirgt. Wenn das Unternehmen, was ihr prüft, ist zum Beispiel ein Tochterunternehmen von einer Mutter und dort besteht ein sogenannter EHV, ein Ergebnisabführungsvertrag, Gewinnabführungsvertrag, dass man dann sieht, okay, da gibt es in der G&V einen Aufwand aus Gewinnabführungsvertrag und der ganze Gewinn oder teilweise Gewinn geht eben an die Mutter, dass ihr deswegen dann am Ende auch einen verminderten Gewinn in der G&V habt oder vielleicht sogar einen Gewinn von Null, weil eben der gesamte Gewinn abgeführt wird an die Mutter, dass du einfach so ein bisschen besser verstehst, was da genau abgeht und die einzelnen Zusammenhänge an der Stelle sind. Nächster Punkt, es gibt auf jedem Mandat immer sogenannte wöchentliche oder teilweise auch tägliche Stand-up-Calls, Update-Calls, Check-Ins, Juro-Fix, wie auch immer man das nennen mag, wo jede einzelne Person kurz ein Update gibt in ein, zwei Minuten, woran sie gerade arbeitet, was ist der aktuelle Stand, wo hakt es aktuell wegen Differenzen oder der Bereitstellung von Unterlagen, welche To-Dos werden danach erledigt, wie sieht es mit der Kapazität aus, könnte man vielleicht noch andere Kollegen unterstützen, andere Aufgaben übernehmen und dann wird dann eben der Fahrplan für heute und für die nächsten Tage festgelegt. Also da mein Tipp an euch, geht einfach mal kurz vor diesen Calls im Kopf durch, woran arbeite ich gerade, wie sieht das mit dem Arbeitsfortschritt aus, prozentual bin ich zu 90% fertig mit der Aufgabe, fehlt vielleicht nur noch die Dokumentation oder eine Unterlage, die abgelegt werden muss, ja, wann wirst du ungefähr fertig, wovon hängt das ab, damit du da den Kollegen einen guten Einblick an der Stelle geben kannst. Punkt Nummer 9, wenn ihr eine Aufgabe bekommt und nicht direkt wisst, okay, was ihr machen müsst, dann erstmal locker bleiben, erstmal in die jeweilige Sektion gehen, in die Prüfungssoftware, da steht ja auch drin, was ist für eine Prüfungshandlung angesetzt, warum, was soll dort geprüft werden und welche Abstimmung muss, ja, mit welchen Beträgen oder mit welchen Bilanz- und G&V-Posten erfolgen. Und zweiter Punkt, wenn das kein neues Mandat ist und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wo du eben gerade bist, das Ding schon seit mindestens einem Jahr prüft, dann gibt es in der Regel auch eine Vorjahresdatei, wo du dich dann, ja, an den Prüfungshandlungen im letzten Jahr orientieren kannst. Welche Konten sind relevant für diesen Bereich, was haben die Konten für Nummern, welche Unterlagen werden benötigt, wo liegt der Fokus, da aber auch natürlich immer abchecken, ob das Ganze vollständig ist und ob es keine Neuerungen gibt zu diesem Jahr. Und dann könnt ihr natürlich auch immer noch andere Praktikanten fragen, andere Assistenten, Senioren, Kollegen, mit denen ihr euch gut versteht, die haben die Aufgaben in der Regel auch sehr häufig gemacht und können euch an der Stelle nochmal einen Input geben. Und letzter Punkt für heute, ihr solltet immer euch vor Augen führen, dass eine erfolgreiche Prüfung immer im Interesse von euch liegt, als Wirtschaftsprüfungsteam, aber auch im Interesse des Mandanten. Also ihr braucht jetzt nicht denken, wenn ihr dort einen Fehler habt, dass das dann unangenehm ist, dem Mandanten das mitzuteilen, sondern das kommt wirklich häufig vor, wenn auch nicht immer allzu wesentlich. Aber der Mandant ist natürlich auch gewillt, in Zukunft alles richtig zu bilanzieren und auch alles richtig zu bewerten, beispielsweise dafür seid ihr als Wirtschaftspriefer da. Wenn ihr also eine Differenz oder einen Fehler habt, dann formuliert das irgendwie in die Richtung, ich habe hier versucht, den Betrag X mit dieser Unterlage abzustimmen, es kommt irgendwie trotzdem zu einer Differenz von 40.000 Euro. Wie können Sie mir das erklären oder können wir das gemeinsam irgendwie überleiten? Kann ja sein, dass es irgendwelche branchenspezifische Besonderheiten gibt oder Besonderheiten bezogen auf dieses Mandat, was die Buchung angeht oder dass es dafür noch weitere Unterlagen gibt, die man sich anschauen sollte. Was auch immer. Und wenn es eben falsch ist, dann wird der Mandant dir das auch mitteilen und wenn nicht, dann wird er dir halt eben diese genannten Dokumente und Erläuterungen zuschicken, damit du diese Differenz überleiten kannst und da vielleicht auch nochmal vorher den entsprechenden Prüfungsleiter fragen oder einen Assistenten, erfahrenen Kollegen, wie ihr da vorgehen sollt, bevor ihr, wenn ihr eine Differenz habt, direkt zum Mandanten rennt. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick bekommen, auch was so ein bisschen die Besonderheiten angeht, wenn man im Audit arbeitet und ihr könnt jetzt erfolgreich in eure Business Season starten, könnt gerne ein Follow da lassen auf Instagram, auf TikTok und natürlich auch hier auf YouTube und gerne in meine Discord-Community kommen, werde ich euch unten verlinken, wo ihr euch mit Leuten verletzen könnt, die auch sich für Bereiche interessieren, wie Audit, Tax, M&A, Consulting und so weiter. Kommt da gerne rein und gebt den Leuten so ein bisschen Input, was Interviewvorbereitung angeht, Kulturen bei einzelnen Firmen, Arbeitszeiten, was sind so Aufgaben, wie bereitet man sich optimal auf die ersten Tage vor und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, peace.